Wir setzen unsere Videoreihe fort, in der wir über interessante Momente in Fußballspielen zwischen Frauen berichten. Wieder haben wir ein unterhaltsames und lustiges Video vorbereitet. 1. Du bist in einer Position dran, in der du nichts mehr sagen kannst. Der Schiedsrichter hat der Fußballspielerin, die den Ball mit der Hand im Strafraum wie ein Torwart gehalten hat, nicht einmal eine gelbe Karte gezeigt. Das sind die Momente, die jeden nerven. 2. Ein weiterer interessanter Moment in Fußballspielen zwischen Frauen ist an der Reihe. Bei dem Versuch, die Gegnerin zu stoppen, zog die Fußballspielerin ihre Shorts runter. 3. Während alle darauf warten, dass sie ein cooles Tackling gegen ihre Gegnerin macht, stellt sie sich ungeschickt an und schlug den Ball ins Auge. Hier sind diese lustigen Momente. 4. Die Torhüterin, die den Ball zum Einwurf getreten hat, warft den Ball in die Krone, statt zu ihren Mitspielern. 5. Wenn du denkst, dass die Spiele zwischen Frauen ruhig und freundlich sind, liegst du falsch. Weibliche Fußballspielerinnen sind in puncto Härte auf einem viel höheren Niveau als Männer. 6. Die Fußballspielerin, die die Eckfahne auswechseln wollte, machte einen Scherz mit ihrer Gegnerin. Aber die Torwärtin hat diesen Scherz ernst genommen. 7. Das Tor ist mit seinen vorherigen Pässen wunderschön. Doch die Schiedsrichterin hat das Tor wegen Abseits annulliert. Glaubst du, dass es sich um eine Abseitsstellung handelt? 8. In dem Spiel fielen zwei ähnliche Tore hintereinander. Schauen wir uns gemeinsam an, wie die Torwärtin und die Verteidigerin nacheinander denselben Fehler machen. 9. Die Schiedsrichterin hat die Position, die du siehst, gefoult. Die Spielerin, die das Foul begangen hat, ist jedoch nicht mit dem Schiedsrichter einverstanden. Sie denkt, dass die Gegnerin die Schiedsrichterin betrügt und zeigt ihre Reaktion. 10. Eine Fußballspielerin mit Kopfbedeckung wurde während des Spiels enthauptet. Ihre Gegnerin hingegen verhielt sich Gentleman-like und umringte sie, sodass die Fußballspielerin ihr Kopftuch korrigieren konnte. 11. In dem Spiel, das du dir jetzt siehst, hat der vietnamesische Fußballspieler zwei Tore von der Ecklinie aus erzielt. Schauen wir uns die Tore noch einmal aus verschiedenen Blickwinkeln an. 12. Als nächstes ist eine schöne und attraktive Fußballspielerin dran. Die Fußballspielerin, die am Spielfeldrand darauf wartet, ins Spiel einbezogen zu werden, fasziniert alle mit ihrer Schönheit. 12.ombierde build d Vielen Dank.